Was war Paul McCarthy? Was war Paul McCarthy? Wir haben sie im Umfeld der Familiengärten an der Pfingstweitstraße installiert, weil diese Skulpturen sich formal an Gartenswerge, an diese Hammelfiguren, auch in Deutschland unter Hummelfiguren sehr bekannten, bürgerlichen Figuren orientieren. Was sind Hummelfiguren? Hummelfiguren sind quasi eine besondere Form des Gartenzwerges. Es ist ein Mädchen und es ist ein Bub, die in einer idyllischen, fast biblischen Szene auf Apfelbaumästen sitzen. Was ist Hummelfiguren? Was ist Hummelfiguren?